Ja Leute, Talent fährt ab und Leute, ich werde mir jetzt auf RS-SLO die Südbahn kaufen mit dem Talent und Vectron, die hole ich mir heute, ja, mit dem Talent, weil ich hätte den sogar mal von innen gesehen, ich weiß nicht so wie der, also wie der von innen so ausschaut, also ich weiß schon ein bisschen, aber trotzdem, ich möchte mal selber in Train Simulator fahren. Den ÖBB Talent, das wäre so cool, wenn ich den fahren könnte, den Train Simulator, werde ich ja heute machen, jetzt fährt er nach Villach, ne, der fährt nach, ich weiß gar nicht wohin der fährt er zu, ich glaube Feldkirchen, ja Feldkirchen wird sein, der wird Feldkirchen fahren, und ja, bis später.